Was war das denn jetzt? Auch meine Munition! Schön! Oh, ich weiß! Ist das der Boss wieder frei? Nein, 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 ich glaube, das ist noch nicht richtig. Oh nein. Ich kann nie mal ein bisschen mehr Tick zu geben, wenn ich den Trazmer habe. Ich kann nie mal ein bisschen mehr Tick zu geben. Ich kann nicht 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 mehr Tick zu geben Mit 메� axeln. ... Und aus. Ich hab keine Ahnung, was ich da machen muss. Wie viel Energie hat der Typ denn, ey? Wie viel... Und wieso kommen diese ganzen Scheiß-Energie-Würzel da? Wir werden mal wieder um die Ecke. Oh, Mann. So, noch mal. Hab grad kurz Pause gemacht und jetzt... Und die Animation noch mal. Jetzt werde ich... Ich zackwetschig! Komm her! Ja, ja! Oh, Mann! Gar nicht! Kann ich nämlich hier irgendwie stuck bin, ey? Oh, stuck bin. Erstmal gehen wir da raus, wo ich... Bleib ich eigentlich an allem grad hängen, oder was? Oh, ein Kieselstein! Komm nicht weiter! Ein Kiesel... Ach komm. Ja, mach schon. Ich glaub, ich hol mal ein Mastiff dazu. Direkt. Ich zackwetschig! Scheiß! Ich zackwetsch! Ein Kieselstein! Das ist griff, der grupos ganz Weihnachten, oder was? Mann, bin ich ja... Oh! und weg keine musik mehr war mir egal zwerg aber eben schon so erfolgreich mit ihm jetzt bin ich rein ich mach den auch kaputt ja 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 Das war's! Ja. Ich habe jetzt was vor. Und zwar ein bisschen spazieren gehen und mal gucken, ob ich den irgendwie dazu kriege, dass er sich irgendwo hinbackt. Und zwar ein bisschen spazieren gehen. 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 Irgendwie fehlt mir gerade echt die Musik hier. Und zwar ein bisschen spazieren. Und zwar ein bisschen spazieren. Und zwar ein bisschen spazieren gehen. Wo ist er? Was ist er?